Wenn du hin und wieder auf einem Jahrmarkt unterwegs bist, dann wird dir wahrscheinlich aufgefallen sein, dass viele der Fahrgeräte dort relativ kinematisch bzw. relativ kinetisch betrachtet werden können oder müssen. Genauso ein Beispiel wollen wir uns heute ansehen, nämlich ein Karussell, das aus einem Wagen besteht, der wiederum über eine Stange rotatorisch angetrieben wird. Der Wagen selbst rotiert ebenfalls und in diesem Wagen sitzt eine Person. Wir wollen uns jetzt ansehen, wie sieht es mit der absolut Geschwindigkeit und Beschleunigung dieser Person aus, die in diesem Wagen sitzt. Wie das genau funktioniert, diskutieren wir wieder in gewohnter Manier im Video. Wenn dir die Videos gefallen, dann abonniere doch bitte den Kanal und gib auch diesem Video einen Daumen hoch. Vielen Dank dafür. Das ist wieder eines, wo man ein bisschen herumspielen kann mit verschiedenen Systemen. Sich überlegen, wie setzt man das Relativsystem, wie setzt man das Absolutsystem, braucht man überhaupt ein Relativsystem. Tja, schauen wir uns an. Kann man natürlich verwenden, muss man aber nicht. Und die bevorzugte Variante meinerseits ist da, einfach einen Ortsvektor, einen Abstandsvektor wieder zu definieren, so wie ich das manchmal mache. Wenn es sozusagen nach dem analytischen Prinzip einfach geht, dann ist das normalerweise meine bevorzugte Herangehensweise. Ich zeige aber dann auch alternativ zumindest die Ansätze her, damit jeder das für sich rechnen kann, wie wir auf dem klassischen Relativkinetik-Weg zum gleichen Ergebnis kommen. Was ist wichtig in dem Fall? Wichtig ist, sich zu überlegen, wovon hängt so ein Vektor ab? Und ehrlicherweise, die Angabeskizze ist da relativ unglücklich. Ist natürlich ein Spezialfall, aber man müsste für den allgemeineren Fall schon die Person ein bisschen herüberdrehen da, damit man nämlich genauer den Vektor hinschreiben kann. Und das werden wir jetzt zuerst einmal machen. Wir werden uns einmal überlegen, was muss man da alles definieren. Und das Koordinatensystem ist so, dass x nach rechts zeigt und y nach oben. Das ist eh links auch eingezeichnet. Und dann gibt es hier irgendwo meinen Punkt B. Und ich zeichne da so herunten, schräg herunten den Punkt C. Und dann vielleicht grün, ja. Einen Abstandsvektor vom Punkt B, also ein Ortsvektor tatsächlich für B. Und einen Vektor von B nach C. Das ist einmal Lab, das ist ein Vektor, ich mache tatsächlich mit einem Unterstrich. Nicht nur diese Länge, sondern der ganze Vektor, damit man dann damit relativ kinematisch arbeiten kann. Und der heißt RB bei mir. Auch ein Vektor. Diese beiden Vektoren, und den zeichne ich jetzt vielleicht rot ein, die kann man natürlich verwenden. Aber wir haben ein paar Mal schon diskutiert, es hindert einen auch niemand daran, direkt diesen Vektor zu verwenden. Und den Vektor habe ich einfach R genannt. Das ist der Abstandsvektor, der Ortsvektor für die Person. Für den Punkt C. Immer im Ursprung des XY-Systems, gemessen zum XY-System. Da ist nur die Frage, wie stellt man den auf? Aber, ist auch nicht so schwierig, weil wir müssten ja für den RB-Vektor genauso uns überlegen, wie sich der verhält. In Bezug auf das XY-System. Dazu gibt es jetzt einmal hier einen, wie zeichnen wir das? Ja, zeichnen wir es so. Hier einen Vektor, äh, einen Winkel. Nämlich, wenn man sich dieses Dreieck da einzeichnet. Das hier, hier unten, ist Gamma, laut Angabe. Also zwischen der Horizontalen und dem LAB. Dann ist natürlich hier oben 90 Grad Minus Gamma. Weil, wir haben hier einen rechten Winkel, wir haben ein Dreieck, 180 Grad, bleiben 90 Minus Gamma für da oben über. Okay. Kann man natürlich anders auch sehen. Man kann es auch so sehen, dass hier noch einmal Gamma wäre und dann ist das auch 90 Minus Gamma. Wie man möchte. Ist egal. Und dann hat man hier als Ganzes den Winkel Beta. Der Winkel Beta ist der Winkel zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das System anschauen. Der ist jetzt da so, dass C genau vertikal ist, aber das muss ja nicht sein im Allgemeinen. Wir wollen es ja allgemein berechnen zuerst. Deswegen ist das Ganze jetzt unser Beta. Und damit ist der Winkel hier. Ich schreibe wieder herunten her. Beta Minus die 90 Minus Gamma. Also Beta Minus 90 Plus Gamma. Den brauchen wir und dann brauchen wir uns eigentlich nur noch im Klaren darüber sein. Und das ist aber eh auch im anderen Fall so, dass die gegebene Winkelgeschwindigkeit und die Winkelbeschleunigung genau dem gemessenen Beta entgegenwirkt. Dass also, wenn wir dann definieren, dass die Zeitableitung von Beta, die zeitliche Änderung dieses Winkels Beta die Winkelgeschwindigkeit ist, dann müssen wir berücksichtigen, dass das Minus die Winkelgeschwindigkeit ist. Weil das genau in die andere Richtung wirkt und eingezeichnet ist. Das ist einfach inkonsistent skizziert, kann man sagen. Aber das ist halt in der Angabesskizze so. Auf das muss man aufpassen. Und dann kann man eigentlich schon einen R-Vektor hinschreiben, also diesen R-Vektor hinschreiben in Komponenten. Weil der R-Vektor ist ja nichts anderes als die Summe LAB und RB vektoriell. Und wenn man da rauf schaut, dann ist natürlich der LAB-Vektor eine Funktion von Gamma und dieser Länge LAB-Cosinus-Gamma ist die x-Komponente bis hierher. Also dieser Anteil da und LAB-Cosinus-Gamma, die y-Komponente. Und dann hat man die RB-Komponenten und die RB-Komponenten, da muss man ein bisschen aufpassen. Einerseits ist klar, wenn Beta so nach rechts gemessen wird, dann ist für positives Beta natürlich ein positiver RB. Also für positiv von hier gemessen, muss man sagen. Für diesen Beta-90-Gamma-Winkel ist eine positive Bewegung natürlich auch ein positives x. Und negativ, also in die y-Richtung ist es genau negativ. Weil ja bei Null-Winkel sozusagen hat man ein negatives RB dranhängen in y-Richtung. Und erst wenn man oben ist, bei 90 Grad, wird das Ganze positiv entsprechend. Auf das muss man ein bisschen aufpassen natürlich, dass man die richtigen Richtungen hat. Das könnte man mit gewissen Punkten, die man halt als Extrempunkte nimmt. Zum Beispiel, was passiert, wenn ich da herunten bin? Was passiert, wenn ich da bin? Was passiert, wenn ich oben bin? Kann man sich das natürlich dann überlegen, ob das auch wirklich stimmt. Man muss nur die Vorzeichen entsprechend richtig sich überlegt haben. So, also einmal in x-Richtung ist es positiv für diesen Winkel. Das heißt, wir haben einmal RB Sinus von dem Winkel da. Der Winkel ist ja hier zwischendrin. Das heißt, die x-Komponente ist ein Sinus. Und der Winkel ist unser Beta minus 90 Grad plus Gamma, wenn wir die Klammer auflösen. In x-Richtung. Und in die andere, in die y, muss es negativ sein für Winkel 0 beispielsweise. Muss es minus RB sein. Dann ist das Beta minus 90 Grad plus Gamma und der Kosinus davon. Der Kosinus von 0 ist 1. Damit ist minus RB tatsächlich in die negative y-Richtung. So wie das der Extremfall wäre, wenn es vertikal nach unten steht. So wie in der Angabeskizze eigentlich. Das ist eigentlich schon das Wesentlichste in dem Beispiel. Ortsvektor aufstellen. Und dieser Ortsvektor beinhaltet jetzt für die Relativkinematik alles, was wir brauchen. Da steckt alles drinnen. Wir haben ein zeitlich veränderliches Gamma, die sich entsprechend ableiten lassen. Wir haben ein zeitlich veränderliches Beta, das sich entsprechend ableitet. Und wir müssen uns dann einfach überlegen, was ist Gamma-Punkt, was ist Beta-Punkt. Wir haben noch nicht eingezeichnet, was für Gamma gilt. Für Gamma gilt nämlich, dass das Omega AB und Alpha AB ist laut Angabe. Hier. Das ist sogar positiv in Gamma-Richtung. Also kann man sagen, Gamma-Punkt ist Omega AB und Gamma-Zwei-Punkt ist Alpha AB. Aber das war es jetzt eigentlich. Wir brauchen jetzt nur mehr stur ableiten. Die Geschwindigkeit ist die reine Zeitableitung. Also V absolut ist einfach nur Zeitableitung von R. Weil R alles ist. R beschreibt das gesamte System. Vorausgesetzt, wir haben es richtig hingeschrieben. Und das ist dann einfach von oben her hier die einzelnen Beiträge abgeleitet. Minus LAB Gamma-Punkt Sinus Gamma. Von Cosinus ist Minus Sinus. Plus und dann nehmen wir die X-Komponente dann mit rein. Also das RB zuerst. RB Beta-Punkt. Cosinus Beta minus 90 plus Gamma. Und dann aufpassen, gibt es natürlich auch noch Gamma in diesem Sinus-Klamma-Ausdruck, das man auch ableiten muss. Nämlich dann noch ein RB Gamma-Punkt Cosinus von der ganzen Klammer. Beta minus 90 Grad plus Gamma. Das sind die X-Komponenten. Und die Y-Komponenten analog. LAB Gamma-Punkt Cosinus Gamma. Und dann wieder zweimal. Nämlich plus RB Beta-Punkt Sinus. Dieser Klammer. Weil natürlich Cosinus Minus Sinus ist. Aber wir haben da ein Minus. Dann wird es positiv. Und plus RB Gamma-Punkt. Sinus Beta minus 90 plus Gamma. Ist die Y-Richtung. So. Jetzt ist noch einmal vermerkt. Gamma-Punkt Omega A-B. Und Beta-Punkt. Das haben wir noch nirgends hingeschrieben. Nur gesagt. Minus Omega-Strich. Noch einmal. Omega-Strich dreht gegen das Koordinatensystem. Laut Angabe. Und Beta halt eben in die andere Richtung. Deswegen ist da das negative Vorzeichen. Und das setzen wir ein. Und erhalten einen Vektor. Der dann lautet. Minus LAB Omega A-B Sinus Gamma. Plus RB. Fassen wir die beiden zusammen vielleicht. Beta-Punkt plus Gamma-Punkt. Und dann drehen wir es um. Weil Beta ja Minus Omega-Strich ist. Schreibe ich Omega A-B Minus Omega-Strich. Und Cosinus von unserem Winkel. Das ist die X-Richtung. Und die Y-Richtung. Dann entsprechend LAB Omega A-B. Cosinus Gamma. Und auch hier wieder RB zusammengefasst. Omega AB minus Omega-Strich. Sinus. Beta minus 90 Grad plus Gamma. Y-Richtung. Und die Y-Richtung. Und die Y-Richtung. Und Zahlenwerte ist nichts anderes als einfach eingesetzt von oben. Minus 3,5 in X-Richtung plus 8,66 in Y-Richtung. Ist auch im Buch vom Hibbeler drinnen dieses Beispiel und da kann man dann vergleichen, dass tatsächlich auch bei dem das rauskommt. Das ist einmal die Geschwindigkeit und als Alternative vielleicht gleich, bevor wir zur Beschleunigung gehen, wie hätten wir es noch machen können. Wir hätten natürlich sagen können, wir lassen ein 1,2 System als Relativsystem, das mit Omega a,b entsprechend mitdreht, so dass wir da ein Koordinatensystem reinlegen, das in diesem Arm lab liegt und das entsprechend mit Omega a,b mitdrehen lassen, so wie wir das oft tun und dann die Führungsrotation aus dem Omega a,b holen. Also das Omega a,b kreuz Abstand, dann die Geschwindigkeit für den Punkt b ist, die Führungsgeschwindigkeit. Das kann man natürlich auch machen. Was nach wie vor auch für die Beschleunigung dann entsprechend wegfallen wird, ist der Coriolis Anteil, weil die Relativgeschwindigkeit 0 sein wird. Aber die Alternative, das wäre dann, dass der R-Vektor nur mehr das rb ist. Also rb Sinus, das muss natürlich das gleiche bleiben, wenn man es allgemein rechnen möchte, Beta minus 90 plus Gamma in x-Richtung und minus rb Cosinus, Beta minus 90 plus Gamma in y-Richtung und dann entsprechend unsere Geschwindigkeit als r-Punkt von diesem r da oben plus Führungsanteil Omega a,b Kreuz lab als Vektor, so wie man eingezeichnet und oben definiert haben. Und wenn man das ausrechnet, kommt man genau aufs Gleiche. Bitte einfach ausprobieren, das ist natürlich auch ein möglicher Zugang. Und das gilt dann auch für die Beschleunigungen. Und bei der Beschleunigung in unserem einfacheren Fall mit diesem Gesamt-R-Vektor da ist jetzt wieder das Gleiche natürlich. Wir leiten jetzt einfach diesen R-Vektor noch einmal nach der Zeit ab, nämlich den von hier. Wir haben also dann ein A als zweite Zeitableitung von R. Also, brauchen wir das überhaupt hinschreiben? Ja, man muss natürlich schon ein bisschen vorsichtiger sein. Man kann jetzt entweder mit diesen Omega sky rechnen. Ich rechne aber lieber oben mit den Ableitungen der Winkel, dass wir dann zweite Ableitungen und so noch richtig mitnehmen und uns nicht verwirren mit Gamma Punkt Omega und so weiter. Rechnen wir zuerst einmal lieber nur mit den Winkelkoordinaten und dann fahren wir das Ganze um in Omega und Alpha. Also, wir haben im Prinzip die Ableitung, die Zeitableitung von dem da. Und das jetzt ganz so salopp da einfach rein kopieren. Dann brauchen wir das auch nicht mehr da oben. Und müssen einfach alles noch einmal sauber runter ableiten. Nämlich die Produktregeln beachten. Minus LAB Gamma 2 Punkt. Sinus Gamma wird es dann geben. Minus LAB Gamma Punkt. Kosinus Gamma und dann noch einmal ein Gamma Punkt als innere Ableitung. Also Gamma Punkt Quadrat. Plus RB Beta 2 Punkt. Beta 2 Punkt plus Gamma 2 Punkt. Das ist nämlich ja genau einmal der und einmal der Term der erste da abgeleitet. Dann kann man gleich so entsprechend zusammenziehen. Kosinus Beta minus 90 plus Gamma und dann minus RB und dann haben wir da auch noch einmal sowas. Nämlich ein Gamma Punkt plus Beta Punkt mal Gamma Punkt plus Beta Punkt. Also ich mache jetzt gleich das Quadrat draus. Wenn man sich gedanklich gleich zusammenfügt, diese beiden Terme da. Dann haben wir einmal natürlich jeden für sich abgeleitet. Zweite Ableitung das haben wir hier. Und dann haben wir immer die entsprechenden inneren Ableitungen vom Kosinus. Das heißt wir kriegen genau noch einmal so eine Klammer Gamma Punkt plus Beta Punkt. Also Quadrat. Eigentlich genauso wie bei dem Term nur dass es hier zwei sind. Und dann das Ganze mit der Ableitung der Winkelfunktion nämlich Sinus. Beta minus 90 plus Gamma. So das ist die X-Komponente. So das ist die X-Komponente und völlig analog für die Y-Komponente. La, B, Gamma, Gamma, Cosinus Gamma minus La, B, Gamma Punkt Quadrat. Sinus Gamma plus und dann fassen wir da wieder gleich zusammen. Ry-Komponente mit dem Outwrit어� lackieren. -Kommacomment Beta 2 Punkt hinaplin IoT Beta 2 Punkt mit jetzt dem Sinus Beta minus 90 Plus Gamma und Plus Beta minus 80 Plus Gamma und Plus Inscheren� klarerweise sind ja die unterschiedlichen richtungen in y richtung und da ist jetzt natürlich gamma punkt wieder omega ab beta punkt wieder minus omega strich das ist wie gehabt und gamma 2 punkt ist alpha ab und beta 2 punkt ist dann natürlich minus alpha strich weil auch das entgegen dem winkel beta zeigt und damit ist als ganzes noch einmal angeschrieben und eingesetzt wenn wir dann ein schönes ergebnis haben minus lab zusammen genommen alles was lab ist nämlich alpha ab sinus gamma plus omega ab quadrat so ein winkelgeschwindigkeitsquadrat dem gibt es ja immer cosinus gamma und dann für die anderen beiträge entsprechend ähnlich rb alpha ab minus alpha strich das an diese beiden zweiten zeitableitungen oben cosinus beta minus 90 plus gamma minus rb omega ab minus omega strich zum quadrat sinus gamma minus beta minus 90 plus gamma das ist die x-richtung und noch einmal sowas für die y-richtung lab alpha ab cosinus gamma ist es dann hier minus jetzt omega ab quadrat sinus gamma wieder kann man ganz überprüfen ist genau komplementär rb alpha ab minus alpha strich sinus beta minus 90 plus gamma omega strich zum quadrat und dann cosinus beta minus 90 plus gamma ok das ist jetzt natürlich der allgemeinste fall so wie es in der angabeskizze gezeichnet ist fällt da einiges davon weg weil halt ganz einfach dass ein spezielle stelle ist die man da anschaut so wie das oft ist gerade bei den beispielen von hibbeler wo man dann halt sagt diese spezielle stelle schauen wir uns an und damit wird es einfacher aber natürlich steckt dann auch nicht alles in der rechnung drinnen wenn man es nicht ganz so allgemein macht wie wir es hier jetzt gerechnet haben man sieht es dann aber an den zahlenwerten wenn man sich das ausrechnet dass einiges wegfällt und es kommt dann 19,42 in x-richtung und 3,4 in y-richtung meter pro sekunde quadrat raus für die gegebenen zahlenwerte dann wieder vergleichbar mit dem was der hibbeler rausbringt und auch das geht alternativ natürlich wieder indem man es mit dem anderen r-vektor macht ich schreibe es da auch wieder her damit man es selbst probieren kann dann wäre a mit den obigen definitionen für r nämlich mit mit diesem r-vektor da müsste man für a einfach natürlich zweite zeitableitung für den r-vektor machen und dann aber nachdem der ja nicht die führung beinhaltet gibt es ein alpha kreuz produkt mit dem abstandsvektor und dann ein omega kreuz omega mit dem abstandsvektor und im allgemeinen auch ein coriolis anteil 2 omega ab kreuz v relativ von b v relativ von b wird aber null werden wie wir vorher festgestellt haben und schon besprochen haben das heißt der wird da in dem fall tatsächlich der null wektor werden aber man muss im allgemeinen her schreiben kommt man da nicht drauf und ausgerechnet ich habe es ausgerechnet bei mir nur damit dann irgendwie jemand glaubt ich habe das nicht geprüft ich habe das natürlich auch so ausgerechnet und es kommt genau das gleiche ergebnis raus wie das was hier oben steht also bitte einfach probieren einsetzen probieren schauen ob man das alles von den referenzsystemen her richtig verstanden hat dann muss genau das gleiche rauskommen was oben rauskommen ist und so führen wieder viele wege natürlich gerade in der relativ kinematik zum ziel zu dem was wir gerne hätten nämlich die absolut beschleunigung von einem bestimmten punkt typischerweise in einem system von dem aus wir dann belastungen berechnen können kräfte die auf lager wirken oder wie auch immer oder wie fest muss ich mich anhalten wenn ich da drinnen sitz beziehungsweise wie stark presst mich an den rand solche dinge das ist 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 das das ist 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 es das ist das